hier ist aber clean wartet pferdchen bist du jetzt schon wieder abgedüßt du hast ja gesagt in einer halben stunde musst du los ich bin doch da bin doch da ok du hast hier kadaver bei piercen abgegeben um zu den vorräten der band die landschaft sieht total schön aus ja 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 jesse abwarten meine liebe abwarten abwarten du hast im endeffekt hast du auf dieser komplett karte dieses games also wir kennen sie jetzt aus dem api ja story technisch habe ich das auch noch nicht alle durch er hat die 45 prozent war ja du hast eigentlich sämtliche vegetation auf der karte und tiefsten winter minus 20 grad bis trockene wüste mit karten ja und den schönsten landschaften in bergen bis hin zum tiefsten regen unwetter blitze orkan wahnsinn ich dachte halt vielleicht wird die story nur in dem einen winter das ist jetzt nur ein abschnitt das sieht doch krass aus oder du hast die foto modus geradezu ist ein bär solltest du dich nicht mit anlegen also wenn du richtig gewehr hast ja dann kannst du dich mit ihm gern anlegen kann man machen aber tippt auch unterschiedliche war ich glaube der der schwarze grizzly ist glaube ich der größte auf dem ganzen spielfeld und das macht keinen spaß sich mit ihm anzulegen der bär hat dein pferd erschreckt ganz ruhig mein lieber so verbundenheit gestiegen stufe 2 ja deshalb immer stiegeln mal streicheln die pferde oder dein pferd und dann geht es da voran wobei das pferd was wir jetzt haben den tennessee das ist noch eines der kleinsten da gibt es ganz andere pferde sehr sehr schön oder so wie wir uns wahrscheinlich den flecken nachher wieder nehmen weil der ist erstmal umsonst aber hat ein bisschen mehr power als der hier da habt ihr eben die kleine plus fährt hier oben über mir sehen also kannst du ja zwischen die wenn er da so rumreit ist kannst du mal schnell auf die drücken und dann streichelt er mal kurz und dann ist gut er tritts mir fair most you do for a fellow with a black father and an indian mother that ain't normally the case well we need you now more than ever good and how long have you been with these boys why ain't you run off hey what a year something like that since i was born 20 years also noch sag mal ist es auch recht gesteuert ja ich gerade ihn nicht aber du dich also teilweise noch im tutorial befindest sobald du sag mal hier aus der winterlandschaft rauskommt wird alt locker und es ist sehr sehr freiläufig ja und du bist deine freie entscheidung ob du dauerhaft die hauptstorie durchrammelst oder zwischendurch hier in den nebenquest machst da in dem quest hier eine herausforderung musst aber immer aufpassen warte machen ja weil zum schluss kannst du damit deine story verbauen ich spreche davon kopfgeld werden wir nachher werden wir alles noch rauskriegen ja mal ganz gut auf die gusche fallen ich spreche da aus erfahrung lol abonniere ich mich schneller als ein bull nicht weniger als jemand aber es ich werde hier verhabilisieren ich werde hier ich werde ihn berhabilisieren ich werde hier das ist mit ihnen los jetzt ein bisschen gefährdet hier 集 up embossed to avoid he loves me really it's his sadly showing a fiction no it is now shoot Geht lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you saying it, Des. Yes, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. Manuschen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit nochmal anmerken, dass es bei Rockstar einen Programmierer gab, der dafür zuständig war, die Hoden der Pferde so zu programmieren, dass die sich zusammenziehen, wenn es kalt ist und etwas größer werden, wenn es warm ist. Dankeschön für diesen Input. Ja, leider ist das wirklich so. Ja, das Wort Hoden hat ihm jetzt nicht ganz so gefallen, war es natürlich klar. So, häuten. So, du kannst später, für alle die, die, du kannst später die Tiere jagen und häuten, ja, und kannst sie beim Metzger abgeben. Auf der einen Seite kannst du das Fell nehmen, um damit Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite kannst du das Fleisch dann verkaufen, um entweder was zum Essen zu bekommen oder ebenfalls dafür Geld zu bekommen. Krass ist das natürlich, wenn du einen Bison denn irgendwann anfängst zu jagen. Ich werde nächstes Mal auf Glocken ausweichen. Klingelingeling, Klingelingeling, doch, komm her, ja, Mann. Machen wir so's Fell hier. Meisterjäger, jawohl, einer von drei Hirschen gehäutet. Was? Einer von drei? Okay. So. Mission abgeschlossen, wieder nur Bronze. Du bist eine Pfeife, für mich ja echt. Jalla. Part from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. Mmh. I guess, I guess folks miss them. That fell? But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. A party? Probably. Huh? Funny? I'm fucking sure. What's schlimm is in dem Game, dass die eine Kiste nach der anderen rauchen, ja, das ist echt krass. Also so als Raucher ist das schon nicht einfach. Ich bin ja davon weg, ja, also. Nee, aber schon krass. Die wegquallen in dem Streifen. Aber wie gesagt, die Zigarette ist, äh, hier in dem Game zum Thema Ausdauer, wa? No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. you always said, revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators. Here. Colm always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train. Now you, my fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, Mr. Pearson, would you please look after the place there are O'Driscolls about. Yeah! Ach ja, dit lasso, du is nur so ne Aktion. Yeah! You said follow the main trail south west. They're carrying near something late. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this score they're planning. what's that? So when so Zwischensequenzen kommen, ja, bedeutet immer, dass du nicht gerade jetzt um eine Ecke von deiner Heimatstelle bist, ja. Wenn wir das jetzt mal so machen, ja, hier oben sind die Häuser, wo wir startet sind, ja, und durch diese Zwischensequenz sind wir jetzt hier das komplette Stück geritten, ja. Wenn wir jetzt zur Bahn müssen, dann heißt das, dass wir hier irgendwo höchstwahrscheinlich ich glaube, das war die Bahn, nee, das ist die Grenze, wo ist denn hier die Bahn, lol. Okay. Okay? Okay. I learned a long time ago that you hit Colm O'Driscoll. Wait for him and people you love will die. Also um auf das Thema mit Spelly nochmal zu kommen, warte, das ist wirklich so, ja? Also jeder, der das Spiel kennt, das ist wirklich so, ja? Ich wollte jetzt nicht sagen, um Spellys Glocken zurückzukommen, aber... Um ganz gut, uns da nochmal anzuknüpfen, meine Lieben, ja? All right, gentlemen, this is it. All right, gentlemen, are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Ach so, Pferd bleibt hier. Jo. So, wir nehmen mit das Gewehr, würde ich sagen. Gibt dich zur Klippenkante. Ihr meinst, ich renne doch jetzt nicht dreimal hin und her, ich geb mir mein Gewehr jetzt hier. Ah, hab recht. Ach so, ne, stimmt, jetzt ist ja erstmal was anderem. Da ist Uriiner versteckt. Also, um den geht's jetzt eigentlich, ja? Den Ehen da. Freund Blase. Es ist noch viel mehr außer die vier. Eins, zwei... Da ist Uriiner. Ich bin sehr froh. Nein. Sie sind weg? 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 Sie können nachdenken. Es ist besser, um sie rauszukommen. Es ist besser, um sie rauszukommen. Und es ist viel weniger Spaß, um ihn und seine score, wenn er noch nie findet. Alles klar. All right. Let's go pay our old friends a visit. Lade mal los. Don't forget to grab that rifle from your horse. You boys be ready to pick them off from up there. Sure thing. Good. Come on, let's go. Seems easiest to take the same path down as Bill and Micah. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including comb, can wait. Okay. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. You're right when you move into this room. What's going on, honey? Which time I am. Do you know what? Go! 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 Right! Jens, du hutschst nochmal auf deine Frage nochmal zu kommen, Jesse war. zum Beispiel mit dem Sterben. Das ist momentan gesteuert. Wenn du nachher im freien Spiel bist, zum Beispiel hier runterspringen würdest, das ist ja nicht so mit Superheldenlandung oder sowas. Du bist dann hin. Also Fallschaden ist schon enorm hier. Das ist ja gut. Ja. Mit Pferd ist doof. Es sind auch Stellen bei, da kann dir das echt leid tun, manchmal. Ja, das ist doch, das ist schon sehr, sehr realitätsnah in dem Ganzen. War schon. Er sieht mich jetzt nicht, oder was? Ach nee, ist ja meiner. Ich will die Führung übernehmen. Also ich gehe voraus, bringt ja jetzt überhaupt nichts. Du musst einfach nur den Schuss richtig setzen. Oh, der war sauber. Der war schön, der Schuss. Deshalb war die Killcam. Wir können doch hier auch noch mal woanders in eine andere Perspektive, wobei mir die überhaupt nicht passt. Oh, schlau, oder? Oh, schlau, oder? Was wären die hinten? Oh, schlau, oder? Oh, schlau, oder? Was wäre denn hier hinten? Waren wir sie? Kommt da noch einer? Da ist doch noch einer. Der war safe. Krasses Bild. Das blitert mir sehr gut gefallen. So. Können wir die Nasen alle mal ausräumen hier. Gründern. Oh, wir kriegen Besuch. Das blitert mir. Ich hab' nie gesehen. Ich hab' nie gesehen. immer noch ihn ja ach so ihr könnt ja mal detail machen war das ist vielleicht ja nicht mal so schlecht so jetzt muss man erstmal die alle so ein bisschen so dauert jetzt kurz es tut der kram teilweise haben ich glaube mal viele sachen die kannst du dir so schon einsammeln die packt er selbst ein ja beim vorbeirennen aber manche sachen sind halt versteckt und deswegen ist es teilweise ganz gut wenn du dennoch mal nachliegen gerade jetzt zum anfang dann kannst du erstmal so ein bisschen ja so ein bisschen gerade munition und so ja nun nicht unbedingt wie sand am meer momentan geht das die sache anders aus wenn dann richtig kohle schon hast du brauchst halt die kohle nachher auch für dein deine bande da weiter kommt deshalb kohle einsammeln um geld zusammen zum beispiel von leichen oder so immer selber ran gehen und absammeln war die uhr zum beispiel das alte zeug hatte später verwenden kannst wir gucken uns gleich an was wir haben warte limpert jetzt gerade immer nur rin hier immer zack 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 ja dass der hat schon wieder eilig der wischen wir los aber wir ja ja wir wollen noch ein bisschen was angucken zeit muss sein mein fröhnen zeit muss sein so die zwei noch und den zweiter ja schnapps immer gut wenn es der plünderer finden tut arznei auch immer schön so in 52 haben ist besser als brauchen würde ich sagen so so wenn wir jetzt hier mal rein gucken ja wir haben und du hast überall die möglichkeit denn durchzusetzen mehr so hier haben wir zum beispiel tabak getze dead eye tunica ach so kautabak doch die kommen wir nachher noch mal zu ja also gerade der alkohol ist eher der dir am meisten eigentlich hilft wenn es um schießen geht ja mal drei flaschen jetzt also so hier beim essen aber auch ein bisschen was zusammengesammelt jetzt sieht ja in süd aus so 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 kina ist ich du es los viel spaß noch spelly ich gucke dir anst du die daumen dass er nicht zu stressig wird dass du durch deine schicht durchkommst und vielleicht wäre man sicherlich nicht wahr wie spät haben wir denn wir haben es jetzt halb vier anders sehen wir uns sowieso nicht mehr wenn du feierabend hast da bin ich ja schon ach ich bin ja schon raus aus dem game also pass auf dich vielleicht sehen wir uns morgen kurz wenn du wach wirst oder so machst ja mal ziemlich lange tage nächte denn verständlicherweise dankeschön für drei ich versuche die bräude schön mit über diesen warum nimmt das nicht alle abgelenkt hier haben wir alles auf geht oh ja, interessant, das ist etwas über die Trenn sie zu robben von Mr. Leviticus Cornwall mount back up, lass uns gehen all right, lass uns hier raus proud of you boys, all of you kind of man down careful good work fellas not bad for some starving down and outs they can pummel us hard as they like but we will always get back up and fight that's who we are outlaws for life fellas outlaws of evil, jawohl so, dann werden wir uns den Zucht-Klubik noch holen und dann and Sean back riding with us and I believe, I know they will all be back well you didn't get combed but this head will hurt him a lot more than any bullet in the head especially when we rob this train too ha ha, yeah I guess we'll see about that oh indeed we will you know, he'll come after us oh of course he will just like all the rest but we're gonna stay a step ahead of them make sure we always know where they are before they know where we are we allowed ourselves to get a step behind in Blackwater that won't happen again 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 that won't happen again